Wir sind Spielerinnen hier im Team, die einfach diese Herausforderungen auch lieben. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir morgen auf dem Platz stehen werden und von der ersten Minute an 100 Prozent geben. Wir wollen gewinnen. Das ist unser Anspruch. Den gilt es natürlich auch morgen umzusetzen. Vor heimischer Kolische, muss ich sagen, fühle ich mich extrem wohl mit den Fans im Rücken. Und der Stimmung, die dann hier am Campus herrscht, ist schon sehr unglaublich. Natürlich wäre es, glaube ich, für den Frauenfußball in Deutschland sehr wichtig. Aber für uns gilt es erst mal, sich auf unsere Leistung und unser Spiel zu konzentrieren. Ich denke, es bedeutet viel für den deutschen Fußball, den wir durchgehen. Aber wir müssen uns selbst und nicht für den vollen deutschen Fußball nehmen. Wir spielen ein top-top europäisches Team. Und wir wissen, dass sie jetzt auch in guter Form sind. Und morgen müssen wir noch besser sein, als wir in Paris waren, wenn wir gewinnen.